Hi, mein Name ist Lucien. Ich komme aus Deutschland. Ich mochte Kilani sehr. Es ist ein sehr schönes Dorf. Ich weiß nicht, ob man das ein Dorf nennen kann, aber es ist halt nicht besonders groß, was okay ist, weil man sich dann besser zurechtfindet und so. Ich mochte meine Lehrer. Ich hatte zwei, einmal John und dann noch Fiona. Sie waren beide sehr nett. Ich mochte vor allem das Thema, wo wir gelernt haben, wie man E-Mails schreibt, weil das sehr hilfreich ist für meine Zukunft. Meine drei Lieblingsaktivitäten waren vor allem das Fahrradfahren, die Wochenendaktivitäten und das Orientierung. Die Orientierung im Wald und ja, ich mochte meine Familie sehr. Sie waren alle sehr nett und haben mir immer gerne geholfen bei allen Sachen. Ja, und das ist es auch. Ja, ich mache jeweils aus der Reise. Danke. Vielen Dank.